Woche 43 Dringlichkeit Die Begegnung mit der Einladung zur bedingungslosen Hingabe ist nicht grundsätzlich unangenehm, aber für den Geist, der sich im Winterschlaf befindet, ist es manchmal äußerst unbequem, wachgerüttelt zu werden. Es gibt massive Kräfte in einem, die gar kein Interesse daran haben, aufzuwachen. Sie schlafen lieber, betäuben sich und fühlen sich auch noch wohl darin. Die Menschheit hat sich eingerichtet in ihrem Leiden, in ihrem inneren Kleingarten. Wer die Unendlichkeit nicht kennt, ist mit dem zufrieden, was er hat, und diese falsche Selbstzufriedenheit darf überwunden werden. Es ist die Selbstgefälligkeit des Leidens, die Ignoranz der Wirklichkeit gegenüber. Man gibt sich zufrieden mit kurzen Momenten des Glücks, kurzen und vergänglichen Momenten des Genusses, unverweilt mit der Hoffnung, sie zu verlängern. Der innere Weg verlangt von einem eine Haltung, in der man bereit ist, alles zu geben, ohne Reserven zurückzuhalten. Und das hat man völlig verlernt. Was wir gelernt haben, ist, Kompromisse einzugehen. Man richtet sich ein in der Zelle, hängt schöne Vorhänge vor die Gitterstäbe, eine Topfpflanze, ein Bild an die Wand. Vielleicht noch einen Ausblick genießen, aber nicht wirklich selbst in die Freiheit gehen und die Unbequemlichkeit dafür in Kauf zu nehmen. Genau das aber fordert die Dringlichkeit. Und dann erkennt man, dass dies nicht einmal unbequem war. Es gibt kein größeres Hindernis für unser Selbstinteresse, als die Vorstellung, andere Dinge seien angenehmer als Selbsterkenntnis. Srimad Bhagavatam 4.22.32 Das, was dann freigesetzt wird, ist unendlich viel größer, unendlicher, viel weiter und erhabener als alles, was der Geist jemals erfassen konnte. Und es ist unendlich viel zufriedenstellender als jede Zufriedenheit, die der Verstand relativ erlangen konnte. Man will festlegen, was nun noch zumutbar ist, die Dosis des Sterbeprozesses, Es sind Versuche, die Kontrolle gewinnen zu wollen, über einen Prozess, der seinem Wesen nach unkontrollierbar ist. Ist man sich schon bewusst geworden, wie sehr man genau in diesem sinnlosen Versuch, Eigenbedingungen erfordern zu wollen, eigentlich leidet? Lieber Krishna, diese Seele will nun heraus aus der wohltemperierten Annehmlichkeit, die sie zuvor für Freude hielt. Lieber Schmerzen als stumpfes und träges dahin leben. Empfindungslosigkeit wird nun nicht mehr als Trost empfunden. Brennender Durst ist der Seele angemessen. Die Eindrücke unzähliger Leben sind im Geist gespeichert und brechen immer wieder heraus als diffuse Bilder, Wunschvorstellungen, instinktiven Antrieben und Impulsen. Das plötzliche Auftauchen dieser erscheint uns oft unerklärlich. Der Bhakta rechnet damit und ist nicht überrascht, wenn da immer wieder Fetzen der Vergangenheit auftauchen und einen weiter in die alten Rillen der Konditionierung drängen möchten. Er versteht, dass ihm im Moment gerade ein kleines Zeitfenster geschenkt wird, um sich in Radishyam zu versenken. In diesem Bewusstsein, dass diese Möglichkeit bereits ein Gnadeneinfluss ist, wird er solche Momente nie wieder verstreichen lassen. Wenn man denkt, jetzt geht es um Leben und Tod, hat man von der Intensität her vielleicht die Vorhalle betreten. Es geht aber um viel mehr, um Radha und Krishna. Wenn man die Relevanz des Gotteszuganges versteht, kann dieser nicht mehr unter ferner Liefen im Leben eingeräumt werden. Ihm muss allerhöchste Priorität geschenkt werden.